Haben sich auch alle gedruckt vor dem Fotoshooting. Die Mirella zum Beispiel hat damals in Wien beim Casting noch betont, wie sehr sie das mehr liebt. Und auf einmal, kaum sind wir in der Türkei angekommen, hat die Angst vor dem Wasser. Hey, die hat wirklich Angst gehabt, dass sie untergeht. Was überhaupt nicht sein kann mit so einem Plastikbussen. Und wenn du doch untergehst, hast du immer noch deinen Schlauchboot im Gesicht. Ja, mei, was ich und die anderen zwei Mädels, mei, die haben jetzt auch nicht gerade mehr gehabt als 40 Kilo, ja, zusammen. Und da hat es einfach geheißen, Design einfach nicht stark genug für so sportliche Aktivitäten, gell. Ich meine, ich verstehe das natürlich schon, dass man mit so dünnen Armen einen Tartfall nicht erhebt. Die müssen auch immer die Haare luft trocknen lassen, gell. Ja, die können ja nicht föhnen, die hat es verblossen.